Er sagt mal, nach 14 Tagen könnte dann eigentlich auch immer einer kommen. Du sagst das. Ich hab ganz schön Standfuß. Und der Rücken tut auch schon wieder wei. Meine Knie, hör auf du. Du auch? Nein, noch nie. Ich würde mich jetzt auch für so ein Bier interessieren. Hat überhaupt jemand Kippen hier? Dort hinten, dort kommt was. Was ist das denn? Die nehmen uns bestimmt. Die nehmen uns mit. Guck mal, die Brüder. Sag mal, wo wollt ihr hin? Nach Portugal! Kommt, dann steigt ein. Jetzt sind wir zwei Plätze frei. Schnell, bevor der Brüder kommt, ja. Schreckenzäune, Landesgrenzen, für uns doch kein Problem. Sprit im Tank, Bier im Kopf, es wird schon irgendwie gehen. Hall am Gas, der Kolben glüht und der Vergaser stets bemüht. Arsch auf Holz, die Ohren steif, weil es uns in die Ferne treibt. 7000 Kilometer und die Sonne knallt. 7000 Kilometer Gummi auf Asphalt. 7000 Kilometer schaffen wir auf jeden Fall. 7000 Kilometer in Krause nur nach Portugal. 40. 40. 20. 40. completing Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 1.000 km, 2.000 km, 3.000 km, 4.000 km, 5.000 km, 6.000 km, 7.000 km im Krause-Duo nach Portugal 7.000 km, die uns an den Freil 7.000 km im Krause-Duo nach Portugal 7.000 km, 6.000 km etc. Gott sei Dank, es ist mir doch gut. Warst du eigentlich schon mal ein Döbeln? Döbeln? Du musst ernst sein dabei. Ich würde gerne ein Ei essen. Ich würde gerne ein Ei essen. Ich wollte dich mal fragen, ob du mit mir ein Ei essen möchtest. Die Sonne knallt 7000 Kilometer Gummiaufersfall.